Sensation bei den Volleyballern Die österreichischen Volleyball-Herren haben sich erstmals auf sportlichem Weg für eine Europameisterschaft qualifiziert. Der ersatzgeschwächten Mannschaft von Teamchef Michael Warm gelangen am Mittwoch in Zagreb gegen Kroatien die erforderlichen Zweisatzgewinne. Bereits damit sicherte man sich als einer der besten fünf Gruppen-Zeiten das Ticket für die Endrunde. Die auf 24 Teams aufgestockte EM findet vom 12. bis 29. September in Frankreich, Slowenien, Belgien und den Niederlanden statt. Die Gruppenauslosung erfolgt kommendem Mittwoch. Werbung Werbung Untertitelung des ZDF für funk, 2017